Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Satisfactory. Die Beine sind hier stehen geblieben als wir dabei waren, unseren Bahnhof irgendwie gescheit aufzubauen. Ich muss tatsächlich noch mal etwas umstrukturieren, aus relativ simplen Gründen tatsächlich sogar. Moment, nachdenken, nachdenken, nachdenken. Ich habe den auf jeden Fall weg. Das ist sogar ziemlich linear. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss das um noch einen nach außen verlegen. Achso, dann sollte ich auch vielleicht noch eine Maschine mehr bauen. Das ist besser. F UNLOCKBEL dengan R thiefen. nym So. Das passt alles nicht. Es muss. Jetzt verstehe ich gerade. Entschuldigung. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich jetzt hier die... 1, 2, 3, 4... Ja. Oh meine Güte, habe ich wieder... Nee. Okay, 1, 2, 3, 4, 5... 6... 7... So, jetzt gehen wir ja davon aus, dass es von daher... Strecke mäßig kommt. Ah, ich kann... nur das bauen... wo ich auch Strecke habe. Okay. Auf jeden Fall ist das hier toter Bereich. Okay. 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 es ist ja einfach nur damit ich darüber komme und zwar gerade auf linie ja das ist linie ja sehr schön das ist tatsächlich wegzunehmen sehr schön gut und somit kann ich mich jetzt wieder auf die sache konzentrieren weiter die strecke von dort aus auch hier runter zu bauen und dann auch bald von hier aus immer von a nach bei b zu fahren und umgekehrt ich will mal hoffen dass es auch funktioniert wie ich mir das gedacht habe und ich nicht irgendwas falsch habe also so 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 viel strecke ist das ja zum glück auch nicht so 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 und wenn man dann auch erst mal ein auge dafür hat sieht man ja wie schnell es gehen kann so 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 Strecke habe ich sauber hier an sich. Genau. Achso, der macht da so einen Krach. So, weiter Strecke bauen. So, weiter Strecke. Aber Leute, alles für das eine Ziel. Alles fertig aufzubauen. So. Überleg mal, ich bin gleich schon da. Dann kann ich den Zug bestellen. Nimm noch massig Stahl mit. Und dann läuft das auch von selber so gesehen. So. 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 Nochmal. So. 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 About it. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann sagen, komm hier hin. Save und Autodrive on. Jetzt fährt der hier los. Sorry. Jetzt fährt der hier los. Und ja, fährt eine Runde erstmal bis hin zur Basis, nur um dann hier hinzufahren zu meiner Station. So, und weiter fährt es dann ja auch erstmal noch nicht. Das heißt, stattdessen kann ich, während der Zug hierher fährt, parallel zwei Sachen machen. Erstens hier das Dach weiter vervollständigen, weil wichtig, und dann noch die Ressourcen mitnehmen, die benötigt werden. Jetzt finde ich die Limitierung von Feenblöcken doch wieder ganz gut. Okay. 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 Ich kann das eigentlich schon wieder abbauen hier oben, weil mir gerade eingefallen ist, ich muss ja auch noch die, ne, Zacken hinbauen. Oh, die schrägen, meine ich. Struckel-druckel. Ah, der. Und nein, vier. Okay. 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 Aber was ich sehe, die Bahn kommt. Das heißt, ich sollte mir meine Ressourcen holen. Und dann seht ihr noch die Ehrenfahrt. In diesem Part, wie es von der Second zur Hauptbasis geht. Und natürlich kriegt ihr auch noch eine Ansicht, wenn ich hierher fahre wieder. Aber jetzt heißt es erstmal, alles Überflüssige, was mir Platz wegnimmt, auf Seite schaffen. Was brauche ich für den Bohrer? Platten und... Ne, gut, dann kann ich den auch vernichten. So. Beton kann ich nochmal kurz aufhüllen. So, was nimmt mir denn noch Platz weg? Theoretisch gesehen, was ich nicht brauche. Ne, das passt sonst, der Rest. Also... Da muss ich noch was ändern. Dann... Kraftwerk und Endlagerlinie. Das L, bitte. Prost. So. Dann editiere ich einmal, dass ich zur Basis möchte. Und schalte das Selbstfahren wieder an. Und ihr dürft jetzt eine Fahrt genießen. Ich bin so lange still. Ich habe einen n Alfonsen Vince. Ich bin so lange sonst. Und ich jetzt, würde ich schreiben. Und ich würde mich öffnen, fürsríe stew sagen. Ch Helsing, wenn ich nicht besonderheit hätte. J honig. Ja. Ja, da ist noch eine Stelle, aber die ist jetzt mal egal. Die können wir auf der Hinfahrt einmal prüfen. Der Hinfahrt 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 40 stück haben sich ja gesammelt in der zwischenzeit wie wir ja den ganzen spaß gemacht haben mit offline also auf aufnahme und so das ist schon ordentlich was so 762 also sind noch mal ja acht stück dazugekommen bisher da muss ich noch oben das nutze ich habe auch noch mal ganz kurz die zeit jetzt muss ich kurz überlegen lasst mich nachdenken 180 also das geht sogar relativ flott jetzt wo auch alle fabriken laufen was ich aber tatsächlich abstellen muss erst mal denn auch wenn die kraftwerke was bringen so muss ich doch auch die tanks immer mal rückläufig bedenkend wieder auffüllen deswegen auch hier wieder an der stelle aber man sieht sogar schon dass es wieder hier an ausgeht ne ach keine ahnung ich stelle jetzt auf jeden fall alle ab so 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 Und wenn ich dann irgendwann mal den Punkt erreicht habe, wo ich sowieso so viel Treibstoff Produziere wie sonst was, dann kann ich das wieder zuschalten. So, aber auch hier wieder die Devise, wenn ich das dann wieder zuschalte, alles und auch wieder alles läuft. Ich muss halt nur noch an meinem Aiming arbeiten, damit ich hier nicht immer daneben klicke. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht haben wir wieder alle aus. Vielleicht haben wir wieder aus. Gut, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, normaler Wert. Aber normaler Richtwert von meinem Strom her, den ich normalerweise auch habe. Das heißt, jetzt läuft hier keins mehr und jetzt laufen die Container da oben wieder auch voll. Also die Kanister. Nenne ich es jetzt mal. Gut, wir haben schon 41 Minuten. Das soll jetzt auch gleich reichen, erstmal wieder für den Part. Freut euch auf jeden Fall noch auf die nächsten 20, 30 Parts. Also ich vermute einfach, dass noch so viele kommen werden. Einfach weil, ihr seht, es produziert hier schon wieder so viel. Ja, aber auf jeden Fall ist das jetzt erstmal auf Standby geschaltet, wieder alles. Weil, ihr seht ja, vieles ist ziemlich aufgerieben. Plastik ist aufgerieben. Die, ich weiß gar nicht, was alles aufgerieben ist. Aber auf jeden Fall sind alle Ressourcen stückweise aufgerieben und müssen erstmal nachproduziert werden ohne Ende. Erst recht. Das wundert mich, aber Schrauben sind sogar gut da. Vielleicht funktioniert das mit einem guten Buffer-System ja doch ganz gut. Naja. Das wird sich noch zeigen, sag ich mal so, ne? Nochmal drei dazugewonnen. So, viel wichtiger. Da drüben. 1200. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind die 1000. Das heißt, wir haben jetzt schon 3000 schießt mich tot hier oben drin. Das heißt, wir haben jetzt noch mal automatisch. Ja, 3500. Und mit den nächsten 1500 habe ich dann, ja, die 5000 drin. Jetzt noch die letzte Sache prüfen. 281. Also fehlen da noch... Genau, dann fehlen da noch... Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Genau, 81. Dann fehlen da noch 19. Also WZW 719 und dann ist das auch voll. Es ist so praktisch. Aber gut, ich mache jetzt, wie gesagt, erstmal speichern, beenden, USW und ja, sehen und hören uns dann im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Starus. Haut rein. Und tschau. Tschüss.